Hallo, heute wird an vielen Orten ein leichtes und verwässertes Evangelium gepredigt, das ungefähr so lautet Bekehre dich zu Jesus Christus und du wirst ein erfülltes und schönes Leben haben. Dieses Evangelium ist nicht ganz richtig. Man sollte die Menschen nicht nur auf die Rettung hinweisen, sondern auch darauf, wovor sie gerettet werden müssen. Hans Werner Deppe hat dazu ein Buch geschrieben. Es lautet, wie wird es in der Hölle sein? Das Buch soll bewusst die Schrecken der Hölle aufzeigen, aber umso klarer auch die Rettung durch den Herrn Jesus Christus. Eigentlich kann man die Rettung erst wirklich dann schätzen, wenn man weiß, vor welch einem schrecklichen Ort man bewahrt wird. Das Buch von Hans Werner Deppe kann jetzt auch kostenlos und legal als Hörbuch heruntergeladen werden. In der Beschreibung findet ihr den Link zu sermononline.de. Dort könnt ihr es direkt herunterladen. Danke. Okay.